Du wolltest schon immer deinen Kontrast richtig optimieren in deinen Fotos. Ich zeige dir in diesem Video in Luminar AI, wie das Ganze funktioniert. Viel Spaß! Wenn du den Kontrast in deinen Fotos optimieren möchtest, dann würde ich dir immer als erstes empfehlen, über Darstellung hier oben das Histogramm dir anzeigen zu lassen. Denn das Histogramm zeigt dir an, wie viele Bildbereiche hell oder dunkel sind. Auf der linken Seite sind die dunklen Bildbereiche, auf der hellen Seite die hellen Bildbereiche. Und je nachdem, wie hoch dieser Ausschlag ist, je mehr Bildbereiche sind entweder hell oder dunkel. Kontrastaufbauen bedeutet ja im Prinzip nichts anderes, als dieses Histogramm hier aus der Mitte nach außen zu drängen. Das heißt, wir bekommen mehr helle Bildbereiche und mehr dunkle Bildbereiche. Die Mitteltöne werden davon dann etwas ausgeschlossen. Ich kann dir das einfach mal zeigen. Wenn ich hier unter Belichtung mal reingehe, dann habe ich zum Beispiel hier einen Regler Intelligenter Kontrast. Das ist mal die erste Möglichkeit, wie ich Kontrast aufbauen kann. Wenn ich den jetzt hier mal schiebe, dann wirst du jetzt hier feststellen, dass das Histogramm sich nach außen zieht. Je weiter ich diesen Kontrast nach oben ziehe, also nach rechts, desto mehr verbreitert sich dieses Histogramm, weil mehr helle Bildbereiche und mehr dunkle Bildbereiche dazukommen. Andersherum, wenn ich den Kontrast rausnehme, dann siehst du, wie sich das Histogramm immer weiter in der Mitte zusammenzieht. Dann haben wir also mehr Mitteltöne im Bild. Das ist jetzt hier mal eine Möglichkeit, dieser intelligente Kontrast. Du merkst auch, dass hier bei diesem Kontrastregler natürlich auch immer so ein bisschen Sättigung noch mit ins Spiel kommt. Ein bisschen besser kontrollieren kann ich das Ganze, indem ich hier mal die Schwarz- und Weißtöne benutze. Die sind vielleicht bei dir noch zugeklickt. Die kann man mit einem Klick auf diesen Pfeil hier auf und zu machen. Und da kann ich die Weißtöne einzeln betonen. Das heißt, die hellsten Bildbereiche, die kann ich hier entweder noch heller machen oder noch dunkler. Und andersherum, mit den Schwarztönen kann ich die dunkelsten Bildbereiche noch dunkler oder noch heller machen. Was auch wieder bedeutet, dass ich im Endeffekt genau das Gleiche wie hier oben mit dem intelligenten Kontrast mache. Nur diesmal kann ich auswählen zwischen den hellen und den dunklen Bildbereichen. Das heißt, das kann ich hier noch ein bisschen präziser dann einstellen. Zum Beispiel in diesem Bild sieht man ja, dass das Ganze ein bisschen dunkler ist. Das heißt, ich müsste hier in den Weißtönen wahrscheinlich mehr machen als in den Schwarztönen. Und damit kann ich das optimal machen. Das Ganze geht hier einmal über Belichtung. Wir haben aber noch ein weiteres Werkzeug, mit dem ich den Kontrast einstellen kann. Und das findet man hier ganz unten in dem Professional Ordner. Hier gibt es nämlich den Superkontrast. Und den mag ich ganz besonders, denn hier haben wir die Möglichkeit, einmal die hellen Bildbereiche mit Kontrast zu versehen, die Mitteltöne mit Kontrast zu versehen und die Schattenbereiche, also die dunkleren Bildbereiche, mit Kontrast zu versehen. Man kann das hier mal oben machen, die hellen Bildbereiche. Da kriegen wir jetzt hier als erstes mal ein bisschen die Stärke rein. Und dann kann ich hier noch die Balance entscheiden lassen, ob das Ganze heller oder dunkler gemacht werden soll. Und je nachdem kann ich das Ganze jetzt hier so einstellen. Genauso kann ich jetzt hier auch die Schatten einstellen im Kontrast. Das wird erstmal jetzt hier heller, die Schatten. Und mit der Balance kann ich das Ganze jetzt einstellen. Soll das wirklich heller werden oder will ich es abdunkeln? Und so kann ich das Ganze hier sehr, sehr gut einstellen. Und genauso die Mitteltöne. Und das ist eigentlich hier mein Lieblingsregler, diese Mitteltöne. Denn gerade in den Mitteltönen möchte ich schön Kontrast drin haben. Und jetzt kann ich hier auch wieder mit der Balance einstellen, soll das heller oder dunkler gemacht werden. In dem Fall mache ich es hier mal ein kleines bisschen dunkler. Und so kann ich ganz einfach und sehr präzise meinen Kontrast einstellen. Gerade hier mit dem Superkontrast. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen für deine Bilder. Das war es mit diesem Video. Danke fürs Zuschauen und wenn du selber jetzt Lust hast, Luminar AI dir zu holen, dann schau einfach mal auf der Webseite von Skylam vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.